Setze dich ruhig hin und folge zunächst deinem Atem. Fühle, wie er kommt und fühle, wie er deinen Körper wieder verlässt. Rufe all deine Chakren zusammen und begebe dich in dein vereinigtes Chakra. Atme Ana, Solavana und elixier in dich und weite dich mit jedem Atemzug. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Herzraum und sende von dort einen goldenen Lichtstrahl deine Pranaröhre aufwärts zu deinem Kehlkopf-Chakra, weiter zu deinem dritten Auge, zum Kronen-Chakra und dort austretend aus deinem Körper zum Alpha-Chakra, dem neunten, zehnten, elften bis ins zwölfte Chakra der Verbindung zu deiner Seele. Dort mache eine Art Schleife einmal um dieses Chakra herum und sende dann diesen Strahlkraft deiner Gedanken in das göttliche Gedankenfeld und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen im göttlichen Gedankenfeld, verbunden mit deinem Herzen. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit wieder in deinen Herzraum und sende von dort einen goldenen Lichtstrahl deine Pranaröhre abwärts zu deinem Sonnen-Gepflicht, dem Sakral-Chakra, dem Wurzel-Chakra und am Wurzel-Chakra austretend aus deinem Körper in das Omega-Chakra. Dort mache eine Schleife einmal um das Chakra herum und sende diesen Strahl dann in den Schoß von Mutter Erde und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen in Mutter Erde, verbunden mit deinem Herzen. Kehre nun wieder zurück zu deinem Atem und atme wechselweise über den Strahl aus dem Göttlichen ein und über die Verbindung zur Mutter Erde aus und umgekehrt. Fühle, wie dich bei jedem Einatmen die Energie von Mutter Erde oder des Göttlichen durchfließt und mit jedem Ausatmen dich das verlässt, was du nicht mehr benötigst. Sprich mir in Gedanken oder laut nach. Ich rufe meine persönliche Engelsgruppe, mir nun zur Seite zu stehen und zu helfen. Ich bitte Jesus, den Christus, an mein Kronen-Chakra, meine Anbindung an das Göttliche zu weiten und zu halten. Und ich bitte Mutter Maria an mein Wurzel-Chakra, meine Anbindung an Mutter Erde zu weiten und zu halten. Ich rufe Melek Medatron, das Auge Gottes, mit den Worten Kudo-Ish, Kudo-Ish, Kudo-Ish Adonai Chebayot zu mir und bitte ihn, meine Körper zu erben, meinen emotionalen Körper, meinen mentalen Körper, meinen spirituellen Körper und meinen physischen Körper zu erden und alle Ebenen miteinander auszugleichen und dem Licht auszurichten. Verweile, bis dies geschehen ist und atme das Licht der Liebe in dich und weite dich mit jedem Atemzug. Nun stelle dich hin mit leicht geöffneten Beinen, sodass du bequem stehen kannst. Bitte nun Melek Medatron, dir das Platinenetz zu reichen und nimm es mit ausgestreckten Armen über deinen Kopf in Empfang. Nun ziehe es langsam tiefer, so als würdest du ein Netz durch deinen Lichtkörper, deinen physischen Körper ziehen. Ziehe es tiefer durch deinen Oberkörper an den Hüften vorbei, tiefer zu den Schenkeln gehe in die Hocke und führe das Netz bis zum Boden und ziehe es dann erst rechts und dann links unter deinen Füßen seitlich weg. Nun strecke dieses Netz wieder empor und reiche es Melek Medatron zurück und bitte im Geiste, dass es von den Engeln in der violetten Flamme transformiert wird. Verweile bei dieser Vorstellung. In diesem Netz ist nun alles hängen geblieben, was nicht zu dir gehört, beziehungsweise das, was sich aus dir lösen mag, erlösen mag. Nun bitte Melek Medatron um den goldenen Schutzteller und lasse ihn dir reichen. Nimm ihn mit deinen Händen entgegen, lege ihn vor dir auf den Boden und stelle dich darauf. Nun gehe in die Hocke und fasse mit deinen Händen den Rand dieses goldenen Schutztellers und ziehe die Ränder um dich herum empor und siehe, wie ein goldener Schutz um dich herum entsteht. Hebe deine Hände mit dem goldenen Schutzt höher und höher an deinen Hüften vorbei, am Oberkörper und dann über dem Kopf oben zusammenfügend, sodass eine Art Kugel entsteht, in der du jetzt bist. Verweile einen Augenblick bei dieser Vorstellung dieser goldenen Kugel um dich herum. Bitte nun Melek Medatron um blaues, weißes und violettes Licht deinen Schutz zu versiegeln und Transformation einzubetten. Verweile, bis dies geschehen ist. Bedanke dich bei der geistigen Welt, bei deiner persönlichen Engelsgruppe, bei Mutter Maria Jesus Christus, Melek Medatron und allen anderen lichten Helfern um dich herum. Kehre nun langsam wieder zurück zu deinem Atem und ins Hier und Jetzt. Wackele ein wenig mit deinen Fingern und mit deinen Füßen, öffne deine Augen, wenn du sie geschlossen hattest und sei voller Dankbarkeit für den Schutz, der dir gegeben wurde. Ananasha. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020